Ohne den biblischen Jesus bleiben die Zeugen Jehovas in der geistlichen Blindheit der Finsternis des Alten Testaments gefangen und können von der Wahrheit und Gnade des Neuen Testaments nicht ergriffen werden. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist aber durch Jesus Christus geworden. Die Zeugen Jehovas gleichen den Juden, welche den ihnen vom Sohn Gottes offenbarten Namen des Vaters, Jesus, ablehnten. Sie verboten sogar, den Namen Jesus zu verkündigen, Apostelgeschichte 4,18. Deshalb werden sie in der Endzeit der Welt auf den Geist ihres falschen jüdischen Messias hereinfallen, der nicht Jesus heißen wird, Johannes 5,43, 2. Korinther 11,4. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Der Name Jahwe bzw. Jehova kann schon deshalb nicht der Name gewesen sein, den Jesus den Juden mitteilen musste, denn sie kannten ihn bereits seit den Tagen Moses. Vielmehr war Jesus Christus in Person der neu offenbarte Name des Vaters, denn in ihm wurde der Gottvater erstmals bekannt gemacht. Johannes 17,6, Johannes 14,9. Amen!